Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Gears of War. Ich hau die Tür auf, 4. Genau, so, ähm, 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 ähm. War ja richtig schwer der letzte Teil, war wirklich richtig schwer. Aber ich hoffe jetzt, also es wird bestimmt jetzt nicht leichter, aber... Warum? Ist doch schön kuschelig hier. Also, mir gefällt's. Ja, also wir befinden uns in Akt 3, so wie ich das verstanden hab. Und... Markus Phoenix ist weg. Aber nichts tötet Markus Phoenix. Nichts. Niemals. Nein. Jetzt, bitte, sagt... Mobbingstühle! Mobbingstühle! So, ein bisschen Stühle verkloppen. Muss auch sein. Kontrollproblemat. Ah. Das war wohl ein Mobbinghaus. Ja, genau. Holen wir ihn zurück, dann kann er ein bisschen aufräumen hier. Äh, äh... Ich mein, was Markus Phoenix, also was Markus schon alles, alles, alles erlebt hat, der geht doch nicht einfach drauf. Da! Oh, oh. Ach, für dich hab ich was Schönes. Das hat ihm, das hat ihm wahrscheinlich nicht mal was gemacht. Verdammt, das hat ihm nicht mal was gemacht. Was tut? Aua! Aua! Nein! Wo ist hin? Aua! Okay. Das war nicht so nice, der Scheiß. Aber... Warum gucken die anderen beiden von oben nur zu? Ist das so eine Art Predator-Bewährungsprüfung? Hör die Stacheln auf! Ah. Okay. Oh, es kommt zu mir. Oh, es ist auf dir! Ah, das haben wir gleich. Hab die. So, jetzt aber. Verdammt. Ich, ich. Machen wir dem überhaupt Schaden? Ich brauch einen Lancer. Okay. Ich hab einen Lancer. Ich hab's gerade bis zur Funktion. Oh, ich schon wieder. Okay. Okay. Es, es kommt. Ich, ich glaube, es kommt gut. Nein! Lass das! Ha! Wir haben ihn! Na! Oh nein, oh nein, oh nein. Lass das, lass das. Oh nein, lass das. Oh nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Ah, nein! Nein, nein, nein! Was soll denn der Scheiß? Da kann ich knapp ausweichen und dann zack, pum, zack. Ah! T-O-T-O-T-T-T-T-Rot. Ah! Ja. Okay, weißt du was? Ich versuche jetzt mal was. Oh, der war zu hoch. Verdammt, der war zu hoch. Äh! Was ist das? So, ein mieses, kleines Miststück. Ich hole das mir als Haustier, nur um es zu quälen. Lass mich jetzt mal schnell hier oben dann... Zack! Erwischt. Oh nein, jetzt kommen die auch runter. Verdammt, 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 verdammt. Okay, ich mache das lieber nicht. Ich muss es mir ja nicht noch schwerer machen, als es sonst schon ist. Äh... Drücken wir... Okay, kümmern wir uns erstmal um den hier. Ja, schießt, schießt, schießt. Nein, nicht schon wieder. Lass das, lass mich, lass mich. So, hier, schön in den Eitersack schießen. Aua. Haben wir es? Nein. Die Dinger halten enorm viel aus. Okay, den haben wir. Okay, jetzt gucken wir. Jetzt kommt nur der runter, cool. Nein, es kommen doch beide. Verdammt. Nein, lass das. Lass das, lass das, lass das, lass das. Okay. Boom. Verladen, das war natürlich klar. Und ich schieße daneben. Das gibt's doch nicht. Aua. Okay, die sind sehr nervig. Sehr nervig. Nein, das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Nein, nein, das macht er nicht. Nicht machen du tust. Gut. So, jetzt schnell in Deckung. Ich sag die Deckung, ich sag die Deckung. Ah. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. Die haben mich in der Zange. Scheiße. Scheiße. So, jetzt schnell wieder da rüber. Puh. Ziemlich anstrengend. Muss man ziemlich, ziemlich, wenn ich es mal so nennen darf, taktisch vorgehen. Was wie, du bist am Boden? Scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein. Ja, so, hilf ihr doch. Ich kann gerade nicht. Bin selber ziemlich am Arsch. Okay, hier ist ein Nicht-Klug. So, schon besser. Verdammt, was soll ich bloß tun? Aua. Nicht zu mir. Oh. Mach mal Platz da. Oh, das war nicht klug. Lauf, 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 lauf. Oh, das war auch nicht klug. Scheiße, 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 scheiße. Ah, ah, das, alter, nein, oh, da. Das gibt's doch nicht. Es ist unbeschreiblich. Einer ist ja schon hart genug, aber zwei. Eben, ich bin selber schuld. Ich habe den Schwierigkeitsgrad gewählt. Ich bin total selber schuld. Also, ich erwarte da weder Mitleid noch sonst was. Ah. Einfach nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Helf mir. Helf mir. Helf mir, hilf 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 mir. Aber ich habe doch B gedrückt. Ich habe B gedrückt. Und keiner hilft mir. Keiner hilft mir. Die hassen mich alle. Die mobben mich alle. Die wollen halt, dass ich so sterbe. Das gibt's doch nicht. Da springt mich der Sack an. Oh, nein. Ha, 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 ha. Hättest du wohl gerne, ha. Aua. Oh, noch ein kleiner Nieser vor dem Fisch und ich bin tot. Boah. So, jetzt geht kaputt hier. Kammerwehr. Komm schon her, du Arschloch. Jetzt reicht's mir mit dir. Noch zwei davon. Oh. Die haben sich gerade selber geblockt. Hilfe, komm ihn runter. Hab ich. Okay. Aua. Aua. Was ist das? So. Schön. Ich bin genau mittendrin. Toll. Es war auf jeden Fall der richtige Fluchtweg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habt ihr gesehen, so schnell ist wahrscheinlich noch keiner draufgegangen. Oh Mann. Mach mir gleich ins Höschen. Es geht in Deckung. Hast du auf die Stacheln auf? Ja, echt. Ich fand selbst nicht draufgekommen. Ist ja nicht so, dass ich den Teil hier schon zum tausenden, gefühmten tausendsten Mal spiele. Lass mich. Ich fress ein Besen. Einfach nur so. Nur so zum Spaß. Ein bisschen Gewürzen. Ein bisschen Chili und Pfeffer und Salz dran. Dann ist das. Stimmt ziemlich lecker. Alles lieber machen als gegen dich. Blödes. Keine Ahnung, was du bist zu kämpfen. Ja, nee, komm, ist klar. Dann kommt es auch noch nicht in meine Richtung. Ich müsste irgendwo ein Seil hinspannen, dass das Ding drüber stolpert, die ganze Zeit und einfach auf dem Rücken liegen bleibt. Geht in Deckung! Lass die Stacheln auf! Aua. Okay, ich hoffe wirklich, das ist mein Headset. Aber es sieht danach aus. Ja. Okay, wisst ihr was? Ich verbrauche meine Dingmuni jetzt hier. Schade, jetzt hätte ich so einen schönen Einblick gehabt in sein Arschloch. Oh nein, das gibt es doch nicht. So, weil bei einem kann ich wahrscheinlich besser hier... Da sprach er, bei einem kann ich wahrscheinlich besser hier die Waffe weghellen und zack, tot. Als würden die mich hören. Die hören mich bestimmt. Die lachen sich sowas von ins Fäustchen hier. Ja, mach ich. Ich versuche, ihnen auszuweichen. Nicht schon wieder auf mich. Aua. Ich würde gerne... Nein, 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 Hilfe, Hilfe. Es ist noch mitraus. Helf mir, helf mir, nein, nicht schon wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mr. Nemesis stirbt andauernd. Scheißspiel. Kackspiel, echt. Du gehst mir auf den Sack. Ja, komm, spring da rüber. Jetzt zeig mir deine Unterseite. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich. Geh mal weg jetzt. Oh nein. Oh, scheiße. Da sitzt die Olle mir da einfach im Weg und denkt sich so, du? Ne. Darf ich mal bitte? Du? Ne. Du kannst nicht mal. Pass auf die Stacheln auf. Ah, daneben. Und auch daneben, toll. Nein, jetzt kannst du knicken. Jetzt kannst du knicken, habe ich gesagt. Helft mir, doch. Ich verstehe das Spiel nicht. Da heißt es B drücken. Also ich nehme an, man muss drauf hämmern. Und ich hämmer ja auch. Das Einzige, was ich nicht habe, ich habe meinen Hammer gerade nicht zur Hand, um drauf zu hämmern. Aber verdammt nochmal, ich werde das gleich tun. So, hast du das bemerkt? Hat dir das geschmeckt? Hier, komm. Prinzessin, Lea. Komm schon, Lanz aufnehmen. Nein, lass das. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Wo ist es? Aua. Das hat bestimmt wehgetan. Sag mal, kannst du dich mal entscheiden, wo du hin willst? Ah. So, okay. Nummer eins ist weg. Jetzt sofort. Hier hin. Obwohl es reicht ist. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nein, lass das. Spring. Okay, das war knapp. Das war knapp. Wie, so oft gehen die wieder nur auf mich los? Aua. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, hilf mir, du stehst direkt neben mir. Hilf mir, 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 hilf mir. Okay. Er ist entschuldigt. Er konnte mir nicht helfen, weil er selber so einen Scheißteil auf sich hatte. Was hat sie gemacht? Hat sie sich die Nägel gemacht? Oh, meine Wimperntusche ist verstrichen. Ich muss das schnell errichten. Oh, mein Mal住l. Ah. Aua. Oh, mein Make-up. Ich muss das schnell wieder schön herrichten. Aua. Oh, nein, daneben. Ich helfe dir. Oh. Ich weiß. Ah, ah, ah. Nein, 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 nein. Das ist wie tanzen. Nur schlechter und mit Monster. Ah, ich komm da jetzt durch. Da steck ich da hinten in der verkackten Ecke fest. So, jetzt reicht's. Wo ist mein Besen? Besen, komm. Ja, geht, Dieter, komm, pass auf die Stacheln auf. Stopp die Stacheln auf. Es war so klar, du kommst wieder zu mir, natürlich. Aua. Aua. Wo kommst denn du her? Wo, wo? Also, das sind verdammt unfaire, starke, scheiß Gegner. Echt. Ich will wissen, wie die heißen. Direkt eine Petition gründen, dass solche Gegner nicht mehr vorkommen dürfen. Ich will nur noch flauschiger, kleiner Elfen, mit denen, bei denen es darum geht, wer am nettesten mit dem anderen Kurschen kann. So. Jetzt geht es in die Mitte, jetzt muss ich mal schnell warten. Ich kann es mal ein bisschen... Okay, jetzt, komm schon. Ich reg mich gerade gar nicht auf. Oh, nein. In mir kocht was, aber ich glaube, es ist nicht die Wut. Ich kann es zwar nicht genau sagen, weil ich versuche es zu verstecken. Also nicht, dass ich mich aufrege. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Der Gegner ist ja von Natur aus so kacke. Scheiß Arschloch. Oh, Mann. Ja, geht in Deckung. Passt auf die Stacheln auf. Passt auf die Stacheln auf. Ich versuche, kleine Frau. So, keine Muni mehr. Geh mal aus dem Weg jetzt. So. Hab ich schön gemacht. Aua. Haha. Au. Au. Es darf doch nicht wahr sein. Nein. Nein. Helft mir. Helft mir. Moment. Habe ich es überlebt? Hatte ich es? Hatte ich es über... Ich habe jetzt... Nein. Oder? Das muss ich mir dann mal schnell angucken. Weil ich hatte jetzt, als ich gesehen habe, dass das Ding mich schon wieder mit seinem maulähnlichen Tentakel umschlingt, hatte ich nicht mehr hingesehen. Da habe ich aufgehört hinzusehen. Da habe ich mir gesagt, komm, egal. Hat dich schon wieder erwischt. Nehmen. Aua. Das muss ich mir nachher unbedingt mal angucken. Nein. Machst du nicht. Ja, bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Bin dabei. Hat es gereicht? Okay. Den haben wir. Noch zwei davon. Es ist mein Controller. Der macht Spiräntchen. Nein, 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 nein Geht dann wohl irgendwo hier zwischen... Ah, vielleicht sind die Batterien schon beinahe durch. Das kann auch sein. Scheiß Batterie gebundenen Dreckscontroller. Scheiß Stachel schmeißenden Drecksviecher. So. Das lief ja reibungslos jetzt. Ah, nein. Ah. Ah, ah, ah. Nein. Und es kommt. Ich hab alles gegeben. Alles hab ich gegeben. Okay, das mit dem Ton ist ganz klar nervig. Jetzt wird's ziemlich anstrengend. Ich muss das nahe gleich mal richten. Werde ich nach dieser Folge gleich mal richten, weil das ist sehr nervig, wenn man da nur... ...hört. Scheiße, ich kann nicht helfen. Geht runter. So, hab ihm geholfen. Seht ihr? So macht man das, Leute. Nein. Okay, es hat mich gar nicht gesehen da hinten. Der da hinten ist schon beinahe hin. Der ist schon... Verdammt. Der Kacke. Nein. 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 Warum? 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 Warum tut ihr mir das so an? Also, nur so nebenbei gesagt, wer Pro-Let's-Plays will, ist auf meinem Kanal ganz falsch. Ich will mal gucken, ob ich hier einen perfekten Moment erwischen kann. Indem es ihm vielleicht mehr Schaden machen würde. Nein, das machst du nicht. Hier. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Jetzt. Nein. Äh. Jetzt. Er ist auf mir! Äh, ja, ich helfe dir gleich. Oh, das war knapp. So, Nummer eins haben wir. Noch zwei davon! Jetzt haue ich mich ab. Machen wir mal schnell ab den Staub hier. Ich stecke fest! Hep! Ich stecke fest! Und... Hep! Okay, ich glaube, die Granaten, die spüren sie. Die spüren sie ziemlich gut. Ah, okay. Nein, das machst du nicht. Ja, gleich. Moment. Komm zu mir. Ja, komm zu mir. Ja. Hilfe! Guter Mann. Hier, für dich. Wo ist es? Da hinten. Oh, arme Sau. Er kriegt so richtig von allen Seiten auf den Deckel. Ja, toll. Gut. Komm schon. Nein! Nein, 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 nein jetzt ernst ernsthaft jetzt bleibe bleibe gleichzeitig beide gleichzeitig erst geht keiner runter und dann beide gleichzeitig echt jetzt die wollen mich doch verarschen hier ich meine natürlich war ein tafespiel gut gespielt aber ich war besser ja klar aha das sind wegpunkte auf der karte hier seht ihr das das ist schön und da ist auch schön und da kann man gut essen und hier hat sie toiletten toll so ich gucke hier nur mal eben noch schnell ob ich noch was sehen kann würden tun kommt platz warum machst du so ein mist warum nicht es war ab und platz aber hier kommen keine gegner aus okay das habe ich jetzt das haben jetzt doch noch ein bisschen interessiert leute das war ein kampf ab durch die tür die länger wir warten desto schwerer kontrolle in ordnung mal sehen wo die uns hinführt kam ein ist das kam ein ja in welche richtung muss ich denn jetzt eigentlich weil ich möchte er ehrlich gesagt eher in die entgegengesetzte richtung nur um noch zu gucken ob ich noch was holen kann aber ich denke mal so einfach wird das nicht werden also ich gehe jetzt mal davon aus wir müssen da hoch mit dem mit dem fahrstuhl hier da dieser dings da aber ich gucke mich erstmal noch schnell ein bisschen um weil das sind die einzigen passagen die ich überlebe ihr versteht die passagen wo keine gegner kommen kann ich die hier lass mich rein okay ist das weit schon stück und ich kann mir gut vorstellen was für eine passage jetzt kommt ich kann mir das so gut vorstellen ich glaube ich weiß es und es gefällt mir gar nicht so hier schnodder man daran gewöhne ich mich nie ist wie eine geburt weil mit der nabelschnur da gewöhnt man sich auch nie so da hoch geht es jetzt cool cooles fenster so ich gucke jetzt erstmal was mit meinem controller ist welchen bei wenn ich ihn wahrscheinlich ein paar mal durch die luft schmeißen ich danke euch ganz herzlich fürs zuschauen ich muss gleich niesen darum macht keinen schluss ich bin meinte ich bin raus ciao